Daniel! Ich grüße dich. Daniel, ich grüße dich ebenfalls und wir grüßen natürlich euch Helden des Abwassers da draußen wieder, wie immer. Unsere treuen Zuhörer, die die Botschaft des Abwassers in die Welt heraustragen und es wird jetzt ein bisschen zu philosophisch, aber ihr seid alle klasse und wir lieben euch alle, alle die uns zuhören und wir machen das nur für euch. Herr Klaus, ich grüße auch erstmal alle Abwasserhelden da draußen. Eben gerade, ich komme gerade vom Laufen, siehst du ja vielleicht, wir sehen uns ja per Video an meinen gewaschenen Haaren, ich sitze jetzt auch offen da. Das ist ein Anblick für die Götter, wenn Daniel seine langen Haare offen trägt. Ja, auf jeden Fall war ich gerade laufen, auf jeden Fall war ich gerade laufen und ich bin am Feld langgelaufen und es hat unheimlich gestunken. Jetzt kann ich mich noch an die Folge erinnern, Klärschlamm und die Landwirtschaft und da meinte ja der Landwirt Tobi damals, Klärschlamm bringt er ungern aus, weil er so stinkt. Aber das, was ich da gerade gerochen habe und ist, glaube ich, gerade wieder die dünge Zeit, es wird da Gülder aufgebracht oder gespritzt oder keine Ahnung, wie man das nennt, das war so schlimm, das war so schlimm. Also ich finde ja Klärschlamm gar nicht so schlimm, vom Geruch her. Wie, war das jetzt schlimm oder nicht schlimm? Das war richtig schlimm, aber es war kein Klärschlamm. Na, was hat es denn da strunken? Ich weiß es nicht, es war übel sauer. Es war so sauer, das war echt... Ach, du meinst, ob es war Gülle oder irgendwas, was aufs Feld gemacht wird? Ich weiß es nicht, was es war, keine Ahnung. Vielleicht sollte ich mal eine Probe nehmen. Ja, ich war heute im Labor der Bundeswehruniversität in München, habe da ein Messgerät abgeholt und da machen die auch so Klärschlamm-Proben, jede Menge. Mein Professor Schaum ist das, vormals ja Professor Günthert. Und wir haben da so richtig Zentrifugen stehen, wo die jeden Morgen da irgendwelche Schlamm-Proben einfüllen und da hat es im Labor dann auch so nach Klärschlamm gestunken. Aber fand ich gar nicht so schlimm irgendwie, hat man sich daran gewöhnt. Ich glaube auch, wir haben uns einfach nur daran gewöhnt. Ja, also in diesem Sinne... Das ist der Geruch des Geldes. Du weißt ja, Pecunia no Olet, weißt du, wo das herkommt? Nee. Das heißt ja lateinisch, das ist jetzt mal Latein für Angeber, das heißt ja, Geld stinkt nicht und das kommt aus dem alten Rom für die ersten öffentlichen Toiletten. Und da musste man, wenn man die benutzen wollte öffentlich, also musste man benutzen und musste man auch Geld für bezahlen. Und deswegen hat man gesagt, Geld stinkt nicht, weil man damit ja Geld verdient hat und das Geld, was man damit verdient hat, das hat man zwar mit Scheiße verdient, aber ist Geld, ne? Das hast du dir jetzt auch nicht ausgedacht. Alter! Würde ich mir sowas ausdenken, Alter, das habe ich so detailliert jetzt beschrieben. Wetten, das stimmt. Ja, ich glaube, das stimmt. So wie der Rostocker Eimer. Ja. Das ist der Rostocker Kübel. Ach, Kübel. Ach, Kübel war das. Ich verwechsel das mal mit Eimer und Kübel. Der hat auch gestimmt, ne? Der Frank Mennig hat ja nach unserer Folge, hört euch die nochmal an, die vorletzte Folge, hat ja extra hinterher recherchiert nochmal nach dem Rostocker Kübel. Und wir in Rostock, wir wussten schon ganz früh, dass Scheiße was wert ist. Gut. Also recht herzlich willkommen. Cooles Intro, finde ich. Immer was anderes. Oh Mann. Wollen wir die Diskussion von vorher nochmal anfangen? Ja, können wir gerne anfangen. Also wir sind ja jetzt... Das ist schon wichtig, ist schon wichtig, Daniel. Wir müssen das ja mal erwähnen. Ja, ja, ich weiß nicht. Wir positionieren uns da, wir polarisieren dann vielleicht ein bisschen mehr. Ja, aber es ist doch mal, weißt du, man muss auch mal, man muss auch mal, man muss auch mal einen Spruch in die Ecke stellen. Man kann nicht immer hier Wischiwaschi und Harmonie. Ja, Harmonie, das machen wir nächste Woche. Nächste Woche, schon mal Spoiler, sind die Stefanie und die Frau Lenz dabei und da geht es um Nachhaltigkeit und da werden wir sehr viel Harmonie zu dem Thema haben. Aber heute müssen wir auch mal einen Spruch in die Ecke stellen. Also ich glaube, nächste Woche wird das alles andere als harmonisch. Aber wenn wir warten, sagt... Also freut euch mal drauf. Nächste Woche haben wir eine Gastmoderatorin, unsere Kollegin, die Stefanie Kirstgen und die hat sich gewünscht, dass wir mal einen Podcast zur Nachhaltigkeit machen und weil sie die Expertin bei uns ist, zur Nachhaltigkeit darf sie dann auch das moderieren nächste Woche. Und dann haben wir uns eine zweite Expertin eingeladen von der Stadt in Wässerung Köln, die Frau Lenz. Und die ist in Köln dafür zuständig, das Thema voranzupuschen und die wird uns nächste Woche mal so ein bisschen erklären, wie sie das in Köln machen. Es wird ein interessantes Thema, so als Ausflug. Aber jetzt lenkt mich ab. Sag, worum es geht. Kleine Quizfrage. In welcher Liga spielt der 1. FC? Köln oder welchen? In welcher Fußballliga? Scheiße. S-Liga? Ja, bist du dir sicher? Hat dein Lieblingsverein Bayern gegen Köln dieses Jahr gespielt? Oh, keine Ahnung. Ich habe mir nichts angeguckt, bis auf jetzt, wo sie wieder gewinnen. Ich gucke mir immer nur an, wenn die gewinnen. Was soll der Scheiß? Das ist jedes Jahr das Gleiche. Die sind dann hinten und denke ich auch, man, dieses Jahr wird es nichts. Und dann kommen die hinten doch wieder. Dortmund macht nur Scheiße und verliert. Und dann kommen die so von hinten und dann gucke ich mir die Spiele immer an, weil sie immer alles gewinnen. Ich kann das nicht abwenden, meine Mannschaft verliert. Das kann ich nicht damit ansehen. Aber jetzt gewinnen die jedes Spiel irgendwie und dann kann ich mir das gut angucken. Weißt du, wenn die so 5-0 führen und den Ball nur noch eine halbe Stunde hin- und herschieben, das ist das geilste Spiel für mich. Das ist so schlecht. Das ist so schlecht. Ich finde das so geil. Ihr müsst euch das so vorstellen, der Klaus und ich, wir hatten eine kleine Wette am Laufen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß schon gar nicht mehr den Wetteinsatz. Ja, es sind immer die, die verlieren, die vergessen dann den Wetteinsatz. Das müsst ihr wissen. Ja, ja, genau. Ich kann es dir noch genau erzählen, aber wir haben eine Wette laufen. Erzähl doch mal, wie war die Wette genau? Also die Wette war, Daniel war sich ja sicher, dass dieses Jahr Dortmund Meister wird. Was wir ja jetzt wissen, dass morgen Werder weggehauen wird und dass Bayern es wieder schaffen, Meister zu werden. Die Wette war, wenn die Dortmunder Meister werden, dann muss ich mit einem Dortmund-Trikot mit Daniel zusammen in Dortmund ins Stadion gehen, in die Fernkurve, in die Südkurve. Ja. Mit einem Dortmund-Trikot und Daniel natürlich auch. Und wenn er verliert, dann muss er mit mir in die Allianz Arena gehen. Allianz Arena, das passt gut. Die Arroganz Arena. Das war kein Freundschafts-Sprecher, sondern sogar mit Absicht, weil ich finde es so geil, den Spruch, Arroganz Arena, muss er mit mir gehen, mit einem Bayern-Trikot. Und ich habe ihm jetzt die letzten zwei Wochen immer schon so Erinnerungen geschickt, mit einem Bayern-Trikot, was das kostet, so online, so im Online-Shop für Bayern. Und ja, die Wette wäre auch noch so gegangen, wenn irgendjemand anders Meister geworden wäre als die beiden, hätten wir uns beide ein Trikot von der Mannschaft kaufen müssen und wären bei denen mal ins Stadion gegangen, die Fernkurve. Also, aber da es jetzt Bayern wahrscheinlich wieder wird. Ja. Daniel, dann wärmen wir uns, wenn das Corona vorbei ist, nächstes Jahr. Ja. Ist doch auch mal schön. Warst du schon mal in der Allianz Arena? Ich war noch nie in der Allianz Arena. Das ist doch schön. Ich bin mir auch unsicher, ob ich wirklich ein Bayern-Trikot anziehe. Nein, das muss, ey, Wettschulden sind Ehrenschulden. Ja, ich muss das nochmal Revue passieren lassen. Wir werden einen extra Podcast aus der Allianz Arena zu Entbesserungsthemen machen. Da müssen wir uns nochmal überlegen, wie wir den machen. Aber das machen wir dann extra. Ey, wie, genau. Wie läuft die Entbesserung in einem Stadion ab? Ey, genau, das machen wir. Da müssen wir mal der Stadt München sprechen, weil genau gegenüber ist übrigens auch die Kläranlage der Stadt München, die eine von den beiden. Also es ist genau gegenüber, wer schon mal zur Allianz Arena gefahren ist. Auf der linken Seite steht so ein futuristisches Gebäude. Also es sieht aus wie so ein Hochleistungslabor, aber das sind die Faultürme der Kläranlage. Weiß eigentlich fast keiner. Und von da kannst du super rüber gucken auf die Allianz Arena. War ich schon mal oben drauf, also kann ich nur empfehlen, um wieder zu abwassertechnischen Sachen zu kommen. Und da besuchen wir dann die Kläranlage zum Herrn Pleil. Das ist dort der Werkleiter. Gehen wir dann rüber, gucken, machen da eine Werksführung. Und dann hinterher gehen wir zusammen in die Allianz Arena. Gute Idee. Das machen wir. Und dann machen wir von da aus einen Live-Podcast vor Ort. Oh Mann, ey. Aus der Toilette in der Allianz Arena. Am liebsten würde ich mal im Keller in Köln sitzen und mal gucken, ob die ihre blinden Masken nicht abgenommen haben. Also, das müsst ihr dazu wissen, was ich meine. Daniel hat mir jetzt die letzte halbe Stunde erklärt, warum eigentlich der Videoassistenz-Schiedsrichter Dortmund die Meisterschaft versaut hat. Ich habe ihm dann gesagt, sag das lieber nicht nochmal im Podcast, weil sonst kommst du als schlechter. Jetzt hat er ja hiermit bewiesen, dass er das nicht ist. Aber wir haben ja festgestellt, schlechte Verlierer sind auch häufige Gewinner. Gute Gewinner. Nicht gute Gewinner, sondern häufige Gewinner. Das ist Daniel. Daniel hat die Gesieger-Mentalität. Ja, aber das war eine gute Überleitung, fand ich, mit der Allianz Arena und Abwasser. Und dann machen wir einfach mal so einen Live-Podcast. Ne, Live-Podcast nicht mal, aber dann nehmen wir da eine Folge auf. Das machen wir auf jeden Fall. Also, wir müssen ja mal ein bisschen aus der Community berichten. Wir haben ja, das wisst ihr noch alle gar nicht, das dürfen wir euch auch noch gar nicht sagen, aber wir werden riesige Kooperationen haben in nächster Zeit mit hochprofessionellen Partnern. Also wirklich, am Sonntag haben wir was angeleiert. Da werdet ihr die nächsten Wochen, werdet ihr sehen, was da vorangeht. Und wir lernen ja immer nur dazu und lassen uns auch gern belehren und von anderen, ja, helfen, wie wir hier weiter für euch gute Inhalte produzieren können. Und da wird einiges kommen die nächsten Wochen. Könnt ihr euch schon mal drauf freuen? Und ja, wir sind in der Community auch angekommen, werden da oft drauf angesprochen, was wir hier so produzieren als Podcast. Und ja, freut euch da mal ein bisschen drauf. Mehr dürfen wir nicht sagen. Mehr dürfen wir nicht sagen, Daniel. Ja, dann hatten wir noch mal eine andere Nachricht bekommen von Marc Sachs. Der hat geschrieben, dass er gerne mal mit dabei sein würde. Also wir haben ihn ja gefragt, ob er mal mit dabei sein würde und über das Thema Weiterbildung sprechen will im Abwasserbereich. Und er ist unter anderem Meister bei der Stadtentwässerung Koblenz und würde ganz gerne mal darüber sprechen. Und der wird auch noch mal zu Gast kommen. Wir setzen uns mit ihm in Verbindung und dann wird er mal ein bisschen was erzählen können. Aber wir müssen dann auch sagen, nur wenn der Uli Marquardt auch dazukommt. Wer ist denn Uli Marquardt? Der ist der Leiter der Kläranlage in Koblenz und das ist ein echter Typ. Und der muss auf jeden Fall irgendwie auch mit dazukommen. Also wenn du uns zuhörst, sag dem Uli einen schönen Gruß vom Klaus. Und der muss auch auf jeden Fall in den Podcast mit dazukommen. Das ist echt der geilste Typ, wirklich. Und wirklich ein cooler Typ. Ist das eine Ikone? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also der muss mit dazukommen. Ich meine, er ist ein bisschen älter und Technik, ich weiß nicht. Zuhören wird er uns vielleicht nicht, aber Marc, vielleicht spielst du ihm das mal vor. Und dann bringen wir ihm noch ein bisschen Technik bei. Nicht, dass er jetzt sauer auf mich ist. Also ich glaube, er hat genügend Technik und das ist wieder die Überleitung auf Erkläranlage. Ja, Klaus, welches Thema haben wir denn heute in der Kategorie Abwasser einfach geklärt? Ja, was können wir denn einfach erklären? Keine Ahnung. Ich bin heute mit dem Thema konfrontiert worden. Ich stelle dir einfach mal eine Frage. Und du beantwortest die einfach für Leihen. Was ist eigentlich eine Grundwasserabsenkung? Eine Grundwasserabsenkung? Das machst du dann, wenn du zum Beispiel ein Loch buddeln willst und da ist zu viel Wasser im Loch. Das kennst du vielleicht vom Strand. Du kommst ja auch vom hohen Norden. Ich komme aus Rostock. Warnemünde, der beste Strand Deutschlands. Ich kann es euch nur empfehlen. Dann bist du so als Kind und dann fängst du so, weiß ich nicht, zwei Meter vom Strand an zu buddeln. Und auf einmal so nach, weiß ich nicht, nach 30 Zentimetern mit deiner kleinen Schippe, auf einmal ist Wasser da. Das ist jetzt kein Grundwasser, sondern das ist ja nicht vom Meer, aber es ist das gleiche Prinzip. Dann kommt von unten Wasser. Und egal, wie viel du da gräbst, da kommt immer mehr Wasser. Du kriegst es nicht weg. Dann fallen irgendwann an, die Seiten von den Löchern einzustürzen. Und du buddelst den Sand raus und versuchst immer mehr Sand rauszubuddeln. Dann stürzt du immer wieder ein. Und deswegen macht man normalerweise, wenn man das jetzt fest gründen will, irgendwas, eine Grundwasserabsenkung. Das heißt, du pumpst eigentlich aus dem Grundwasser das Wasser raus mit einer Pumpe und pumpst das weg oder lagerst das irgendwo zwischen das Wasser und installierst dann dein Fundament zum Beispiel. Wenn du es einmal installiert hast, kannst du die Pumpe wieder ausschalten. Dann fühlt sich das Wasser wieder langsam und die Baugrube ist dann aber gesichert. Ja, ist das so irgendwie? Ja, für mich ist das verständlich. Normalerweise nur temporär so halt. Also so kenne ich das zumindest. Ich hoffe, wenn ihr uns zuhört und ich hier total scheiß erzähle, könnt ihr immer bei Instagram oder uns eine E-Mail oder einen Kommentar bei YouTube schicken. Und wir nehmen das dann. Und nimmt den Klaus auseinander. Gehen darauf ein. Ja, kannst du denn auch noch erklären eigentlich, was ein Absenktrichter ist? Das habe ich dazu gelernt heute. Ja, das ist da, wo du das Wasser entnimmst. Also ich weiß nicht, ob es jetzt richtig ist, aber ich denke, da, wo du das Wasser entnimmst. Normalerweise hat das Grundwasser ja ein Level. Das macht man mit so einer, das zeichnet man so ein und dann hat man oben auf dem Grundwasser so drei Striche. Das zeigt dann die Grundwasserhaltung. Und da, wo du die Pumpe einbaust, wird das Wasser am weitesten runter sinken. Das ist der Trichterboden. Und zu den Seiten von diesem Punkt oder in alle Richtungen weg, steigt das Grundwasser ja dann wieder an. Und das ist dann ein Grundwassertrichter. Das hast du dann auch zum Beispiel, wenn du einen Trinkwasserbrunnen hast zum Beispiel, hast du das auch. Da hast du auch einen Brunnentrichter. Wo du da, wo du das, du pumpst ja von 100 Meter hoch und dann wird das Grundwasser natürlich dort weggezogen und fließt dann wieder von allen Strecken dorthin bis zu diesem Tiefpunkt. Das ist der Richter, ja. Ja, so habe ich es auch verstanden. Ja, cool. Da haben wir wieder richtig was dazugelernt heute, oder? Unglaublich, oder? Lernst du übrigens auch, kann ich nur empfehlen. Ich habe das gelernt in Wasser und Umwelt in meinem Studium da in Weimar. Das war Wasserversorgungstechnik damals. Da ging das um Trinkwasserabsenkung und schweres Wasser und leichtes Wasser und so weiter. Und ja, auch geil. Kann man auch mal erklären, was schweres Wasser ist, Daniel? Ich habe noch eine Frage in dem Zusammenhang. Wenn ich eine Grundwasserabsenkung mache bei einem Bauvorhaben, wo muss ich, oder wo wird die praktisch, wo wird das Grundwasser abgeleitet? Wenn du eine Grundwasserabsenkung machst und das Grundwasser ableiten willst. Was würdest du machen? Oh, geile Frage. Was würdest du machen, wenn du Planer wärst? Ich würde schauen, in welche Richtung das Grundwasser normal fließt, unterirdisch, wenn es fließt. Und dann in die Richtung ableiten. Versickern. Auf einer Grünfläche zum Beispiel. Habe ich heute gesehen, ich war in Dachau, gegenüber vom KZ Dachau war das. Das ist eine große Baustelle im Industriegebiet. Und da haben die ein großes Erdbecken gebaut und haben dort auch eine Grundwasserabsenkung wahrscheinlich gemacht. Und haben in diesem Erdbecken mit einer Pumpe das Wasser reingepumpt. Und haben das da wahrscheinlich wieder versickert, um dort wieder das Grundwasser anzureichern. Aber ob das stimmt? Keine Ahnung. Weiß ich nicht, ob das so war. Aber ich denke, so würde ich es machen. Ich würde das halt an einer Stelle in der Nähe wieder versickern. Eigentlich pumpst du es dann im Kreis. Richtig, wollte ich gerade sagen. Also in diesem Beispiel, womit ich heute konfrontiert wurde, pumpen wir das Wasser dann oder leiten wir das Wasser in einen Vorfluter ab. In einen Graben. Okay. Der dann in der Nähe ist. Ja. Es muss dann beim Wasser- und Bodenverband praktisch angefragt werden, ob da ein Vorfluter oder so ist. Die haben dann gesagt, ja, der und der Vorfluter ist das. Aber das ist ein Gewässer zweiter Ordnung. Gehen wir zu der unteren Wasserbehörde. Und da schließt sich jetzt der Kreis mit der letzten Folge. Genau. Genau. Und beantrag die Einladung. Weil wir haben ja gelernt, laut Wasserhaushaltsgesetz gilt, alles mit Wasser ist verboten. Es sei denn, du hast eine Erlaubnis. Und wenn ich eine Erlaubnis brauche, dann gehe ich zur Jenny und frage sie, ob ich darf. Und dann sagt sie hoffentlich ja. Genau. Gut. Das ist soweit aber vom Wissen heute, oder? Ey, das war total gut, finde ich. So, Daniel. Das war total gut, die Frage. Ja, jetzt müssen wir aber zu was Fachlichen kommen, oder, Daniel? Nee, fachlich hatten wir gerade. Jetzt kommen wir zu den Neuigkeiten. Ach so, ja, wie auch immer. Also, ich habe ja das hier in der Hand. Ihr seht das jetzt nicht, aber das ist die neue KA, Juni 2020. Gibt es ja jeden Monat. Und wir gucken ja da immer so ein bisschen rein, um euch so ein bisschen unsere Interpretationen der Inhalte der KA zu liefern. Ja, Daniel, was hast du denn so gefunden? Erzähl mal. Ja, was habe ich so gefunden? Bei den ersten Seiten steht nicht wirklich was Weltbewegendes. Es gibt ein paar neue Regeln zur DGUV-Prüfung und Ähnlichem. Das ist vielleicht noch für den einen oder anderen Betreiber wichtig. Mecklenburg-Vorpommern, AG Dürre, erneut zusammengerufen. Ja, das muss ich mir nochmal durchlesen. Aber was ich hier unter anderem gefunden habe, ist das Interview von den Stadtwerken Jena. Da bin ich auch hängen geblieben. Da bist du auch hängen geblieben? Ja, muss man mal sagen, Jena ist eine der geilsten Abwasserfirmen in Deutschland. Auch einer meiner Lieblingskunden, wo ich am liebsten bin. Und ja, der Herr Waschiner war hier im Interview dabei. Deswegen, also den kenne ich auch persönlich. Und deswegen, er guckt ja auch immer so ein bisschen. Den kennt man, ne? Ja, soll ich dir mal sagen, warum ich da hängen geblieben bin? Na, erzähl mal. Ich wollte mir die Fragen abschauen, die hier gestellt worden sind, vor unserem Podcast. Wenn wir nächstes Mal die Gäste wieder bei uns haben im Talk, welche klugen Fragen man stellen kann. Das ist eine Kunst, ne? Das ist eine Kunst, gute Fragen zu stellen. Ja, stimmt schon. Ja, ich bin, wie gesagt, wegen dem Herrn Waschiner hier hängen geblieben. Den kenne ich auch persönlich. Und die haben ja so ein bisschen das Kanalnetz beschrieben. Ein Satz ist natürlich besonders sensationell, weil ich da auch so ein bisschen mitgearbeitet habe. Und der steht hier drin, ich lese das mal vor. Zukünftig rückt die Sanierungsplanung in den Mittelpunkt, bei Netz, ne? Bei Netz in den Mittelpunkt. Jena Wasser besitzt eine komplexe Generalinwässerungsplanung mit Schmutzfrachtberechnung, Zustandsbewertung, hydraulischer Betrachtung. Einer Betrachtung zu Schwefelwasserstoffkorrosion und zu Starkregenvorsorge. Und das ist ja diese Software-Sulfidos, die wir damals mit den Kollegen aus Jena zusammen entwickelt haben, Daniel. Und da war der Herr Waschiner auch mit dabei und noch ein paar andere Kollegen von den Stadtwerken. Und das ist schon schön, weil die beachten das, was unser Chef eigentlich vor zehn Jahren mal angefangen hat, dass man in der Planung schon irgendwie, in der Generalinwässerungsplanung schon die ganzen Gerüche mit ausrechnet. Und das steht hier eigentlich in diesem Nebensatz so mit drin. Und das finde ich eigentlich ganz toll, dass das hier das auch mal in die Zeitung geschafft hat. Also nicht nur hydraulische Betrachtung, sondern auch biochemische Betrachtung. Ja, ja, genau. Da müssen wir eigentlich auch nochmal eine Folge irgendwann zu machen, dass wir auch mal unsere fachlichen Ergüsse mal rausbringen, Daniel. Wir haben noch keine Folge zu Geruch gemacht, ne? Nee. Das machen wir vielleicht auch mal die Tage mal. Ja, was mich hier noch so ein bisschen gewundert hat bei dem Interview, Güte, Gütegemeinschaft, Kanalbau und irgendwelche Güteabzeichen oder Gütezeichen, RAL GZ 961. Also ich persönlich habe das noch nicht so richtig wahrgenommen, dass viele Betreiber nach diesem Gütezeichen die Kanäle sanieren. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Hast du da viele... Also die großen Betreiber achten da schon drauf. Das steht dann in den Ausschreibungsunterlagen mit drin, dass man zertifiziert sein muss nach diesem Güteschutzkanalbau oder Gütezeichenkanalbau. Und das wird auch ständig überwacht. Und das führt natürlich dazu, dass du gewisse Qualität von der Arbeit erwarten kannst. Von daher macht das schon aus meiner Sicht Sinn. Okay. Ja, von daher, das war ein tolles Interview. Was haben wir noch gehabt? Dann ist hier wieder ganz, ganz viel Corona drin. Da gehen wir einfach nicht drauf ein, oder? Ja, wir haben schon genug überkommt. Ja, will ich auch gerade sagen. Ich muss dazu mal kurz einen Exkurs, wenn wir das haben. Ich war am Wochenende, am Samstag mit der ganzen Familie, also meinen kleinen Kindern, drei und acht Monate, also drei Jahre und acht Monate, waren wir im Europapark in diesem neuen Schwimmbad. Kann ich nur für allen empfehlen. Und das Gute war ja, dass sie nicht 3.500 Leute da reinlassen, sondern jetzt in Corona-Zeiten, also es ist offen, aber 1.500 Leute dürfen da rein. Ich habe mir gedacht, wie voll ist das mit 3.500 Leuten? Und diese ganzen Abstandsregeln kannst du eigentlich gar nicht einhalten. Und dass das wieder aufmacht, ist krass. Aber für mich war das so das Zeichen, Corona ist jetzt dann hoffentlich mal vorbei. Weil das geht eigentlich gar nicht. Aber naja. Ich habe noch eine andere Krasse. Wenn du im Europapark warst, kann ich meine Geschichte auch erzählen. Ich hatte ja letzte Woche Urlaub und ich war campen. Und dann haben wir in der Lüneburger Heide gecampt mit ein paar Freunden und sind dann an einem Tag in den Heidepark gefahren. Das ist ja, glaube ich, der zweitgrößte Freizeitpark in Deutschland. Mit drei Jahren war ich da mal. Ich war noch nie im Europapark. Da will ich unbedingt mal hin. Ich bin ja so ein Freizeitparkgänger. Und da war das extrem professionell. Also erstmal war der Park nicht voll, also er war ziemlich leer. Ich bin so oft Karussell gefahren wie noch nie. Und die sind sehr, sehr professionell vorgegangen. Also die haben immer nur jede zweite Reihe zum Beispiel vom Waggon besetzt. Und die haben nach jeder Fahrt immer alles desinfiziert und sowas. Krass. Ja. Es ging auch damit, also mit Mund-Nasen-Schutz musstest du anstehen und auch die Fahrtgeschäfte machen. Krass. So am Tag durftest du so rumlaufen. Aber ohne Witz, mir hat das sogar noch mehr Spaß gemacht unter den widrigen Bedingungen, angeblich widrigen Bedingungen, als ohne Corona. Ja, okay. Ich habe das ja so gemacht. Ich habe mir ja den Europapark als Kunde besorgt. Dann kann ich dann immer, rufe ich dann immer den Kollegen dort an, den Herrn Herdrich oder den Herrn Kern und sage, ich muss mal wieder bei euch vorbeikommen. Und dann haben wir manchmal so, dass wir dann schon früher in den Park rein können oder dann, dass der uns dann so hingeführt hat, dass wir auf die erste Reihe und an den ganzen Schlangen vorbei. Das war total cool. Leute schon erkennt. Hast du so ein bisschen Einblick von hinten. Wir haben ja jede Menge Fettabscheider. Das war ja mein Masterarbeitsthema. Das schweifen wir ein bisschen ab, aber egal. Und dann haben wir halt die ganzen Fettabscheider uns da angeguckt und das ist schon ein Riesenthema auch bei diesen Parks. Wir haben ja viel Futterzeug und so. Ich finde, jetzt ist die Verknüpfung wieder zu diesem Bayern-Fan. Erster in der Reihe und Bayern-Fan. Ich wollte mich nur nicht anstrengen hinten. Ja, genau. Genau. Und Meisterschaften feiern. Okay. Machen wir weiter. Klimamodelle, Daniel. Klimamodelle. Ja, ich persönlich kann nicht so viel. Also, Klimamodelle. Christian Förster, Hannover. Also, ich kann natürlich wirklich was sagen. Das ist ja geil. Ich kenne ja den Herrn Kachelmann persönlich. Auch wieder eine geile Story, ne? Er hat mich den kennengelernt. Auf der I-Fahrt war der bei uns am Stand. Er brauchte eine ruhige Ecke. Dann saß der bei uns am Stand einen halben Tag lang, nachmittags, weil er da einen Vortrag gehalten hatte vorher. Und dann war ich einen Tag später dann, oder eine Woche später am Wochenende vom Europapark auf dem Rückweg mit meinen Eltern im Auto. Und meine Mutter ist ja totaler Kachelmann-Fan, ne? Auch wegen den ganzen Geschichten da vorher, egal. Aber die ist ja totaler Kachelmann-Fan, ne? Dann sitze ich mit denen im Auto. Meine Eltern sitzen hinten im Auto. Und auf einmal ruft der Kachelmann mich an, ne? Am Sonntagnachmittag. Ne? Und ich vorne nur so. Hallo, Herr Kachelmann. Wie läuft's denn bei Ihnen so? Meine Mutter sitzt hinten so. Die Augen gehen so über, ne? Boah! Und ich so voll am Abfeiern. Ja, Herr Kachelmann. Ja, nee, ja. Klar. Ihr Klimamodell, das ist ja super. Und dann ging's halt darum, der hat ja jede Menge Daten und kann dann da so vorausberechnen, wie genau das ist. Also, es gibt ja so eine App, die hab ich zum Beispiel auf meinem Handy drauf. Die heißt Rain Today. Also Regen heute. Kann man sich installieren. Ist leider nicht im App Store. Muss man sich manuell installieren. Aber kann ich nur empfehlen. Und die hat 45 Minuten im Voraus. Zeigt die dir an, ob's regnen wird oder nicht. Und mega genau. Probiert das aus, Leute, wenn ihr das hört. Zieht euch diese App runter und probiert das aus. Ich benutze das immer, wenn ich joggen gehen will. Dann weiß ich genau, eine Stunde vorher regnet es oder nicht. Auch wenn die dunklen Wolken am Himmel sind. Kann ich nur empfehlen. Und da hat er dann erklärt, also diese Klimamodelle sind für eine Stunde im Voraus mega genau. Aber in dem Moment, wo das so einen halben Tag im Voraus ist, kannst du nicht mehr sagen, wo entsteht der Starkregen. Das ist so stündlich. Aber dadurch, dass wir diese genauen, also wir wissen, eine Stunde vorher wissen wir es mega genau. Alles, was länger dauert, wissen wir es so auf zehn Kilometer genau. Und das ist halt für Steuerung von Anlagen noch nicht gut. Aber wenn wir das hätten, das wäre richtig geil. Dann könntest du richtig Starkregenvorsorge machen. Dann weißt du den Tag vorher, wo kommt der Starkregen runter. Das geht leider noch nicht. Und von daher musste ich dann Herrn Kachelmann leider sagen, können wir doch nicht kaufen, was Sie da haben. Aber danke, dass Sie angerufen haben. Ich war so am Feiern. Und hab dann, ja, ja, wir kennen uns, ja, ja. Das war so geil. Das war die geilste Aktion. Oh Gott. Ja, gut. Also ich halte das ein bisschen, ja, auch jetzt nochmal, um die Geschichte zum Heidepark zu machen. Wir sind da morgens aufgestanden, da war da komplett, ich gucke immer auf niederschlagsradar.de und da war alles komplett voll. Und eine Stunde später, oder weiß ich nicht, nach dem Frühstück, war dann auf einmal, waren die Wolken weg. Das war zwar übelst bedeckt, also die, die Regenwolken. Und dann hat es nur noch leicht genieselt, anstatt diese ganzen Starkregenereignisse. Deswegen, ich persönlich finde diese Klimamodelle, Regenmodelle, alle so ein bisschen, nicht fragwürdig, aber schwierig. Das ist genau das, was der Herr Kachelmann auch gesagt hat. Du weißt vielleicht eine Stunde vorher, weißt du es mega genau. Aber umso weiter du in die Zukunft guckst, umso ungenauer wird das Ganze. Das heißt, du kannst es halt noch nicht zur wirklichen Berechnung an einem Ort, wie wirklich das lokale Wetter genau an dem Ort ist. Das funktioniert nicht, aber auf 100 Kilometer, also 100 mal 100 Kilometer, kannst du es mega genau, auch eine Woche vorher schon sagen, wie das Wetter ungefähr sein wird. Aber wenn du umso enger, maschiger du dieses Netz machst, auf ein bis zwei Kilometer, also das Engste, was die bisher haben, ist auf einer auf einen Kilometer und dafür eine Vorhersage für drei Tage. So habe ich das, glaube ich, verstanden. Und das ist schon sehr gut. Also früher hat man ja immer gesagt, die Wetterfrösche haben immer Unrecht, aber mittlerweile stimmt das Wetter ja fast immer im Wetterbericht im Fernsehen, wenn man sich mal wirklich ehrlich drin überlegt. Also das ist schon sehr viel besser geworden. Und ja, ich kann es nur empfehlen, Rain Today, guckt euch die App an. Wir kriegen auch kein Geld dafür, obwohl wir es eigentlich kriegen sollten, weil wir ja für euch hier ja alle jetzt diese App erwähnt haben. Aber wir kriegen leider kein Geld dafür. Aber egal. Ja, ich weiß nicht. Ich finde das mit dem Regen und sowas. Ich weiß nicht. Kennst du diese älteren Leute, die drei oder viermal am Tag Wetterberichte hören müssen? Also meine Oma ist zum Beispiel so eine Person. Jetzt meinst du, du denkst... Jetzt muss ich dir wieder die nächste Story erzählen. Du musst dann diese Folge, musst du nennen, musst du nennen, Klaus seine Geschichten. Klaus seine Geschichten. Okay. Das ist auf nächste Story. Meine Frau arbeitet in einer großen Anwaltskanzlei in Stuttgart. Wir haben 70 bis 100 Anwälte. Irgendwas, Riesending. Und die machen einmal im Jahr so ein richtig geiles Mitarbeiterfest. Da sind auch die Ehemänner oder Partner mit eingeladen, mit Kindern und alles. Und das war so vor drei Jahren draußen, sitzen dann draußen. Ich habe mir gerade so eine Digitaluhr gekauft, für die Hand. So, da habe ich mein Smartphone mit verbunden. Und dann hat diese App, die ich euch vorhin gesagt habe, hat er mich dann gewarnt. Und da habe ich auf dem Smartphone gestanden, dann in 33 Minuten fängt es an zu regnen. Und der Himmel war blau. Also blauer Himmel. Und dann habe ich so in die Runde gesagt, da saßen irgendwie, weiß ich nicht, zehn Anwälte an dieser Bank so. Da habe ich so in die Runde nach zwei Bierschen so gesagt so, hey, es fängt gleich an zu regnen hier. Wir müssen die Schirme aufspannen und so. Und dann haben zehn Anwälte sich eine halbe Stunde über mich lustig gemacht. Ja, du mit deinen Regen, hier der Regenmacher. Und was weiß ich. Und so Sprüche. Und dann fing das nach 33 Minuten wirklich an zu regnen. Also wirklich, es war so geil. Dann kamen die Wolken, das war so in der Schlucht in Stuttgart, kennt man ja. Dann kamen die Wolken, dann hat es angefangen zu regnen. Und ich nur so auf meine Uhr geguckt. Ja, Leute, in 22 Minuten hört es wieder auf. Und das hat dann auch noch gestimmt. Da war ich so der Held. Da waren die total leise. Dann warst du für die der Kachelmann, oder was? Ja, das war so geil. Das war so geil. Die haben sich echt eine halbe Stunde nur wirklich lustig gemacht. Also, ja, weiß nicht. Nach ein paar Bier ist man ja so leicht, auch manchmal so ein bisschen, ne? Und ja. Das soll nicht heißen, dass ich ständig Bier trinke. Aber da war es mal nötig. Ja, glaube ich. Gut. Okay, machen wir weiter. Also das ist ja so weit zur Klimamodelle. Ja, also Klimamodelle, ich sage euch, kurzfristig ist das sehr genau. Und in Zukunft wird das noch viel genauer werden. Und wenn wir die Weltformel berechnet haben, dann wird auch das Klima kein Geheimnis mehr für uns sein. Ja, philosophische Diskussion über die Weltformel. Das war jetzt gerade eine lange Stille. Aber kommen wir wieder weiter. Ich habe hier das Nächste. Und zwar jemanden, den ich kenne, den Thomas, Dr. Thomas Uppschies, hat hier vom Abwasserverband in Saarbrücken, EVS heißen die, und der hat seine Doktorarbeit hier nicht veröffentlicht, sondern einen Artikel drüber gemacht. Also ich gehe davon aus, dass das seine Doktorarbeit ist, über Trennelementfläche, gerade oder geneigte Trennelementfläche bei Feinrechen. Also mega ins Detail. Also mich beeindruckt das immer wieder, wie man über die kleinste Geschichte, wo man denkt, was hat denn das, ist das so wichtig? Und dass man darüber was schreiben kann. Also seine Doktorarbeit, das wird das hier wahrscheinlich sein, Feinrechen auf kommunalen Kläranlagen. Da hat er verschiedenste Kläranlagen besucht, untersucht, wie das Zuflussverhalten auf die Feinrechen ist. Und hat dann Empfehlungen dazu gegeben, wie geneigt sollen die Trennelementflächen sein? Und was soll man bei Auslegung von Feinrechen beachten? Also mich beeindruckt das, wenn ich sowas hier lese, wie man sich ins Detail mit sowas beschäftigen kann und da wieder Neuigkeiten für uns entwickeln kann. Und ich finde das gut, beeindruckt mich. Der Thomas ist ein toller Typ. Lest euch das mal durch. Ich glaube, dieses Thema übrigens, dieses Thema mit dem Feinrechen und der Neigung, ich muss dir ganz ehrlich sagen, wir werden ja auch häufig gefragt, habt ihr überhaupt genügend Themen und so weiter? Und man merkt richtig, es kann wirklich bis ins kleinste Detail gehen. Vielleicht nehmen wir dann auch immer im Zuge des Zeitalters dieses Podcasts immer detailliertere Themen auf. Vielleicht kommen wir dann auch mal... Ich sehe das hier gerade, der Thomas hat, man sieht das hier, Dr. Ukschis Consult. Das heißt, er hat nebenher eine Firma, wo er euch Rechen auslegt. Das heißt, in der Zukunft, den müssen wir einladen, den Thomas, dann kann er uns mal ein bisschen was erzählen zu Feinrechen. The Art of Feinrechen. Wie hat man Feinscreen? Nennt man das auf Englisch? Keine Ahnung, aber so wird es wahrscheinlich sein. Also das war noch... Dann ist hier noch ein Thema drin dazu, thermische Behandlung von Klärschlamm. Hatten wir ja auch schon so teilweise... Nochmal, ich muss nochmal kurz zurückkommen zum Thomas. Du hast dich verliebt, oder? Nee, der wollte mich ja auf sein Segelboot einladen, wenn er das hier hört. Thomas, wir haben jetzt Werbung für dich gemacht, du musst uns auf dein Segelboot ins Eiselmeer einladen. Gut. Thermische Behandlung von Klärschlamm. Ist wohl in aller Munde. Jeder muss sich darüber Gedanken machen, wie er seinen Klärschlamm losfindet. Ob er eine eigene Anlage oder eine thermische Behandlung vorsieht. Ich kann ja persönlich, Klaus, kann ich dir vielleicht nochmal eine Geschichte erzählen. Manche thermische Verwertungen oder Anlagen funktionieren ja nicht so wie gewünscht und wie geplant. Ich habe mal eins gelernt von einem Idol. Nicht Idol würde ich nicht sagen, aber derjenige im Abwasserbereich, der mich schon sehr beeinflusst hat. Den möchten wir auch nochmal ganz gerne einladen. Wenn er kommt, dann verrate ich auch, wer es ist. Und der hat mir eins beigebracht. Bei, ich sage mal, verfahrenstechnisch anspruchsvollen Verfahren ist es immer besonders wichtig, dass du eine homogene Menge als Input hast. Also, was ich als Empfehlung hier nur rausgeben kann bei jeder thermischen Verwertung ist, versucht irgendwie Ausgleichsbehälter, Vorlagebehälter zu installieren vor diesen thermischen Verwertungen, damit er eine möglichst homogene Masse, die immer gleichbleibend ist, in diese thermische Verwertung schickt. Achtet darauf einfach schon bei der Planung. Na, wenn der Input schwankt, schwankt auch der Output. Und wenn der Input schwankt, hast du auch Probleme, deine Anlage so zu steuern, dass sie den notwendigen Output besorgt. Dann ist das eigentlich aufgefallen. Wir müssen hier auch noch für uns Werbung machen. Wie ist es hier aufgefallen? Das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber ihr guckt einfach mal auf Seite 433, das ist Werbung für unseren Online-Shop. Daniel, guck mal. Unsere Marketing-Abteilung. Das wäre echt gar nicht aufgefallen, weil das schwarz-weiß ist. 20 Prozent, ja, wir hätten es wahrscheinlich in Farbe, ne? 20 Prozent Rabatt, aber ist jetzt schon durch. Ich glaube, bis Ende Mai war das, glaube ich, ich weiß gar nicht. Bis zum 1. Juli steht hier. Oh, also könnt ihr noch, wenn ihr wollt, das ist jetzt die Werbung in eigener Sache, könnt ihr euch auf unseren Online-Shop einloggen und alles bestellen. Ihr müsst alles bestellen. unter dem, also ist hier als Startschuss drin. Besonders die Extra-Wurst. Die Extra-Wurst. Guckt euch mal die Extra-Wurst an in den Online-Shop. Oh Mann, ey. Wir machen das so, ihr müsst alle einmal die Extra-Wurst bestellen. Die kosten, glaube ich, Euro. Ey, die kosten Euro. Das ist nicht so viel. Und dann müssen wir, dann bringen wir, wie ihr die Extra-Wurst bestellt und unseren Podcast anhört. Jetzt nur mal, wenn ihr das zuhört, ne? Wenn ihr auf den Podcast geht und also auf unseren Webshop geht und die Extra-Wurst für einen Euro bestellt, dann bringen wir euch persönlich eine Thüringer Rostbratwurst vorbei. Daniel, das müssen wir machen. Ja, okay. Ich habe zwar nicht zugehört, aber ist okay. Doch, du musst, also wer das jetzt macht, der geht auf unseren Online-Shop und bestellt für einen Euro diese Extra-Wurst und dem bringe ich dann persönlich eine Rostbratwurst vorbei. Mal sehen, ob das jemand macht. Ich bin ja echt spannend. Das ist doch schlecht. Das bin ich mal gespannt, ob das jemand so weit hört und das Ding bestellt. Ich bin gespannt. Ihr werdet ja merken, ob du es rausschneidest, Daniel, das Ganze. Ja. Muss ich mir noch stark überlegen. Ja. Gut, was haben wir hier noch? Ja, mehr fällt mir nicht mehr ein, so richtig. Hier hinten sind noch ein paar Personen drin, ne? Kennst du davon? Du hast, dieser Wolfgang Vater, ist das ein Künstlername? Meine Tochter Lisa ist gerade reingelaufen. Ne, das Wolfgang Vater heißt er, ne? Wolfgang, heißt er? Der ist ja ein Urgestein hier in Stuttgart bei der Stadtentbesserung. Ja, hat da viel vorangewegt, auch in der DWA und ATV vorher. Der ist jetzt 100 geworden, oder? 100 geworden, ne? Ich hab den mal auf den Tag der offenen Tür schon mal getroffen, ne? Aber der ist auch immer noch dabei und immer noch da und für sein Alter noch topfit, muss man sagen. Also kann das nicht so schlimm sein, auf dem Klärwerk zu arbeiten. Also alles Gute. Alles Gute dem Herrn Vater, ne? Gut, dann sind wir auch soweit durch, denke ich, oder? Ich glaube auch. Das war mal wieder ein gutes durchschauen bei der KA. Ist ja jeden Monat, ne? Ja. Ja, bevor jetzt meine Tochter zu viel, die muss ich mich jetzt kümmern, Leute. Von daher müssen wir auch zum Ende kommen, Daniel. Ja. Klaus, hast du noch irgendwelche letzten Worte? Ja, wie immer, Leute, sage ich euch, Palantarei, das Wasser fließt immer bergab. Ne? Und wir grüßen euch und bis dahin.